Aber, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen jetzt versprechen, Sie werden erstaunt sein, was die junge Frau alles aus ihrem Instrument rausholen kann. Einen riesen, riesen Applaus für Franziska an der Steiglschuhe. Und jetzt kommt der Silke Präsident. Viel Spaß! Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.